Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Batman Arkham Asylum. Genauso wie da hinten feiert ihr es garantiert auch, dass diese Folge erscheint. Ich weiß es. Nun ja, der Joker hat uns zu seiner Party eingeladen. Was das heißt, versuchen wir diese Folge mal herauszufinden. Aber ich nehme mal an, wir nähern uns jetzt ganz stramm dem Ende. So, dann schauen wir doch jetzt mal. Oh, da steht ja schon eine kleine Armee. Gehen wir da hoch? Ja! So, dann reißen wir mal noch die Wand ein. Noch ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. So, wie es aussieht, waren das alle hier. Ey, wer hat die Musik beendet? Monster Sale. Okay. Das ist jetzt keine Gästeliste, oder? Ernsthaft? Gerne. Gerne. Ich bin auch als Partyspringer bekannt. Gästeliste. Meine Güte, also. Ich komme überall rein. Vor allem mit den Schuhen. Ich würde mal sagen. Ignoriert mal kurz, was ich mache. Ist das gemein? Ich weiß nicht, ob es gemein ist, aber... Es wird auf jeden Fall Spaß machen. Auf engstem Raum jetzt eine Schlägerei. Huh, das wird sehr, sehr lustig. So, mal sehen, ob wir die 30 schaffen. Ah! Nein! Komm schon! Bleib konzentriert, Bruce! Bleib konzentriert! Oh Gott! Oh Gott! Ich sehe es jetzt nicht ein, an dieser Stelle zu versagen. Okay, dann vergessen wir mal die 30. Konzentrieren wir uns einfach darauf, jemanden zu verprügeln. Das ist Batman. Komm schon! Nein! 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 Ach, das gibt einen Erfolg. Schön. Huh! Oh, da wird sich einer freuen, wenn er aufwacht. Vor allem wenn der hier Blähungen hat. Alter! Die Körper gestapelt. Ah, hübscher Hut. Joga, du bist der Nächste. Okay, Ich-Perspektive. Irgendwas wird wieder passieren. Das wäre ein geiler Besucherraum. Bist du aufgeregt, Batman? Ich meine, wir haben die ganze Nacht darauf hingearbeitet. Sag mir nicht, dass du dich nicht darauf gefreut hast. Ich schon, ich war außer mir verfreut. Irgendjemand war hier. Überraschung! Alle meinten immer, ich solle zum Fernsehen. Das willst du nicht verpassen. Echt, das wird ein Kracher. Das ist eine Bombe, wetten? Zehn, neun, acht. Sieben, sechs, fünf, vier. Drei, zwei, eins. Überraschung. Au. Man hätte ja auch einfach weggehen können, oder? Oh, meine Güte, da habe ich einen Pfeifen in den Ohren. Oh. Dein König. Wieso hast du Batman nicht gestoppt? Ich? Es war dein Plan, du alberner Clown. Ja, ich schicke dich zurück zu dem Bauchredner, wo du hingehörst. Du musst erst alles kaputt machen, oder? Bane zusammenschlagen, Scarecrow an Krog verfüttern, Harley fertig machen, was übrigens mein Hobby ist. Und alle meine schönen Venom-Pflanzen ruinieren. Es ist vorbei, Joker. Vorbei? Wieso, mein Lieber, vom Wahn besessener Dunkler Ritter? Es hat noch nicht mal... Nicht mal! Oh, verdammt. Du hast doch recht, das wird wehtun. Aber nicht mir. Das wird wehtun. Oh, Mann, war das knapp. Komm, längs rechts, Backpfeifer. Komm schon. Wer will der Nächste sein? Das waren garantiert noch nicht alle. Ja, da kommen sie ja. Dein Gesicht wird ganz... Oh-oh. Oh-oh. Wenn die KCse basketball, kür gunst du aus demod fest... Taki-Cola. Ich möchte gut gehen. Du hast du Giants contact. Wie ist das? Rammt euch gegenseitig. Rammt euch, Rammt euch, Rammt euch! Rammt euch, 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 Rammt euch! Oh Mann! Nein! Okay, das ist... Nein! Nein! Das ist nicht in Ordnung, dass hier abläuft! Lass uns zu, dass er nicht weg, du Idiot! Was ist passiert? Das wird mit. Ich zerleg dich in dein Eindruck! Komm schon! Werf ihn! Ja! Verletzt euch ruhig selbst! Ich mach dich fertig! Ich mach dich fertig! Ich mach dich fertig! Woah! Das war knapp! Das ist aber genau so knapp! Ja! 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 Schlagt euch ruhig selbst zusammen! Ja! Ja! Aber du hast nicht mehr! Ja! Ich hab dich die Hände nicht weg! Ja! 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 Nein! 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 Der Loser hatte keine Chance! Hahaha! Ich meine sie mich an! Oh ja! Weißt du, was ich sehe? Ein Ziel! So, jetzt aber! Jetzt ist der Herkeitsgericht! Ich schlag dich neun und noch! Ich schlag dich neun und noch! Hehehe! Was denn los? Uh oh! Uh oh! Ja, komm schon! Ich mach dich! Komm! Links und rechts ne Bugfeiler! Schlagt euch gegenseitig, los! Haha! Ganz genauso! Ja! Da gibt wieder ne Leiche! Ja! Genau! Verpass ihn mal! Genau! Woa! Ja! 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 Irgendwas wollt ihr doch machen. Ja, doch, es hat noch geklappt. Und dir tue ich jetzt nochmal richtig weh. Der will wieder was werfen. Das finde ich gar nicht gut. Komm schon, ich schicke dich zu deinem Kumpel. Der hat noch viel zu viel Gesundheit von meinem Geschmack. Der wird wieder eine Leiche holen. Ich will den letzten jetzt nicht K.O. schlagen, sonst kommt wieder Verstärkung. Geschafft. Komm mal her. Au. Das gefällt mir gar nicht. Gut gemacht, Batman. Du verdienst einen Preis. Dein alter Freund, der Kommission, oh Gott. Ach ja. Da war er auch noch. Der sieht ganz schön runtergekommen aus. Den sollten wir aufteppen. Nein. Batman. Raus damit. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir gleich viel Spaß, Kinder. Ja. Du widersetzt dich der Veränderung. Das ist nicht ernst. Komm schon. Gib auf. Willst du mit harten Bandagen kämpfen, Batman? Ja? Deine Sache. Du ruinierst mir meinen großen Abend. Du hast nun nach der Planung zunichte gemacht. Ich wollte doch nur deine grimmige Maske runterreißen. Und dich noch einmal die Welt sehen lassen, wie sie ist. Während du blutend in einer Ecke vor dich hinkicherst. Aber sogar das hast du mir verwehrt. Ich habe nichts, wofür ich lebe. Oh verdammt.